Ich bekomme ein kleines Mädchen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich schon an den Gedanken gewöhnt habe. Um ehrlich zu sein, ich habe ja kaum Zeit, darüber nachzudenken. Denn ich denke nur an Marvin. Versteht das jetzt nicht falsch. Nicht aus dem Grund, den ihr jetzt denkt. Ich denke an ihn, weil ich Angst habe. Ich bekomme nämlich eine Vampirtochter. Und Vampire bleiben immer nur unter sich. Was, wenn er sie mir wegnehmen will? Das darf auf keinen Fall passieren. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der dritte Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir erfahren, dass Livia ein Mädchen bekommt. Außerdem hat sich Livia's Sicht auf ihren Vampire-Boy Marvin ein wenig verändert. Auch wenn die beiden sich jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben, war sie im letzten Part ja bei Mirko zu Besuch. Und naja, mit dem hat sie sich ein wenig gestritten und seitdem hat sie Angst vor den beiden. Also um ehrlich zu sein, würde ich sagen, seitdem hat sie grundsätzlich ein wenig mehr Respekt vor Vampiren. Außerdem hat sie eine Gruppe Jugendlicher kennengelernt, nämlich die Rumtreiber. Also Rylan, Sora und Carmen. Mit denen möchte ich mich auf jeden Fall auch noch besser anfreunden, damit auch sie Teil der Rumtreiber-Gang wird. Livia wird in diesem Part voraussichtlich erst ins dritte Trimester kommen. Das heißt, ihr könnt mir unter diesem Video auch noch gerne Namensvorschläge dalassen. Und vergesst nicht, diese müssen einer Kategorie angehören, aber auch die wissen wir noch nicht. Das heißt, auch gerne Vorschläge für die Kategorien in die Kommentare. Kurze Erklärung, was ich mit Kategorien meine. In der ersten Generation hatten wir die Kategorie Erde und da hießen unsere Kinder zum Beispiel Daisy, Violet, Flora oder Livia. Aber dann hätte ich gesagt, wir starten gleich mal in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Hier haben wir unsere inspirierte Livia, die gerade dabei ist, mit den Dahingeschiedenen zu kommunizieren. Mittlerweile hat sie noch immer Medium Level 2. Wie gesagt, an dem müssen wir auf jeden Fall arbeiten, denn ich möchte, dass Livia damit Geld verdient. Was passiert jetzt? Es passiert einfach so viel, wenn man in einem Spukhaus lebt. Also, das paranormale Aktivitäten-Pack finde ich jetzt schon mal großartig. Also, es ist alles unglaublich spooky. Ich habe sehr oft, ehrlich gesagt, Angst. Aber ich finde es echt großartig. Hallo, ich heiße Guidry. Es sieht ganz so aus, als könntest du etwas Hilfe bei deiner misslichen Lage hier im Spukhaus gebrauchen. Und zum Glück bin ich Experte auf diesem Gebiet. Und keine Sorge, ich bin ein guter Geist. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir können nur sagen, ähm, Sul Sul? Oh mein Gott, er taucht einfach wirklich auf. Das ist Guidry. Wir werden uns jetzt mal respektvoll bei ihm vorstellen. Also, ich glaube, in der letzten Generation habe ich mal gesagt, Livia stellt sich bei niemandem respektvoll vor. Aber es ist ein Geist. Ein koketter Geist. Können wir mit Guidry auch ein Kind bekommen? Das wird ja irgendwie zu unserer Challenge passen, oder nicht? Auf jeden Fall wird sich Livia jetzt mal mit ihm anfreunden. Sie kann ihn jetzt einfach mal fragen, was sind Geister? Obwohl sie das natürlich weiß. Aber ich glaube, sie möchte ihm dann einfach auch mal den Tag verschönern und sich eben ein bisschen bei ihm einschleimen. Und hier können wir tatsächlich auch fragen, was ist ein paranormaler Ermittler? Ich glaube, jetzt würde er uns noch nicht zu einem paranormalen Ermittler machen. Jemand Schreckliches ist aufgetaucht. Diese Person ist noch nicht eingetroffen. Oh mein Gott. Ähm. Welche Person kommt da? Wie gesagt, dieses Haus ist wirklich spooky. Wer weiß das schon so genau. Vielleicht handelt es sich um die Manifestation der verlorenen Träume und Ambitionen der Menschheit. Vielleicht interpretiere ich aber auch zu viel in die Sache hinein. Sicher ist jedoch, dass sie Geschenke lieben. Wenn es dir gelingt, sie glücklich zu machen, geben sie dir etwas Nützliches und legen bei den übrigen Kreaturen des Hauses ein gutes Wort für dich ein. Paranormale Ermittler sind Erforscher des Unbekannten. Ich habe diese Tätigkeit selbst vor einer Ewigkeit ausgeübt und den Vorkommnissen in der Nacht immer ein reges Interesse entgegengebracht. Es gibt sogar eine Organisation, die lizenzierte paranormale Ermittler anwirft. Wenn du mich von deiner Mediumfähigkeit überzeugen kannst, kann ich möglicherweise dafür sorgen, dass du eine Lizenz bekommst. Und genau das wollen wir ja. Jetzt ist er weggelaufen. Es ist mittlerweile auch schon relativ spät und die arme, schwangere Livia hat auch Hunger. Das heißt, wir werden jetzt einfach schnell Käsekracker essen und dann wird Livia auch schlafen gehen. Immerhin ist es 22.45 Uhr. Oh Gott, was ist denn das? Mysteriöse Symbole. Okay, die können wir nur aufwischen. Hier steht auch schon wieder so eine Hand und so eine Puppe. Es ist so creepy. Ja, das können wir dann morgen in der Früh alles wieder verkaufen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht als paranormale Ermittlerin arbeiten. Ich glaube, Livia wird auch durch diese ganzen Gegenstände reich werden. Und nun haben wir den nächsten Morgen in der Früh. Livia ist gerade dabei zu frühstücken und hat eine Ratte entdeckt. Und Guidry ist noch immer da und kokett. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der wohnt jetzt bei uns. Ist aber nicht so schlimm. Ist doch ganz schön. Dann haben wir wenigstens einen Freund. Danach wird Livia duschen. Und wie ihr seht, sie fühlt sich unfassbar angespannt. Sie hat Mutterschaftssorgen, weil sie eine Teenagerin ist und schwanger ist. Sie hat das Bedürfnis, sich ihren Eltern zu beweisen. Und außerdem hat sie auch eine Maus entdeckt. Aber eine kleine süße Maus ist doch nur halb so schlimm. Eine Ratte wäre wirklich problematisch gewesen. Und gleich wird sie auch noch ihr Leben hassen, weil sie nur schnell und lauwarm duschen kann, weil wir hier ja abseits des Netzes leben. Ich sag's euch, wie es ist. Ich beneide Livia gerade wirklich nicht. Sie ist allein, hat fast kein Geld. Sie ist schwanger von einem Vampir. Sie hat Angst vor Vampiren. Und sie lebt in einem Haus voller Müll. Ohne Strom. Aber zumindest trägt sie süße Outfits. Ich möchte mit Livia jetzt noch ein wenig Sansekoia erkunden und einfach schauen, ob wir noch irgendwas finden, wo wir Geld verdienen können. Reisen wir mit ihr einfach mal wieder zur Bibliothek und schauen uns ein wenig um. Vielleicht treffen wir ja ein paar spannende Sims oder können zumindest irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Was macht denn Janet hier? Janet ist die Ex-Freundin von Livias Schwester Violet. Was ich sehr spannend finde, denn im ersten Part haben wir ja Violets jetzige Verlobte getroffen und das ist ihre Ex-Freundin, die anscheinend schwanger ist. Von wem bist du denn schwanger? Von Jonas Watson. Kenn ich nicht, aber ich bin mir ganz sicher, er ist ein lieber Mann. Ich glaube, diese Begegnung kümmert Livia jetzt nicht so. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob die beiden sich überhaupt kennengelernt haben beziehungsweise hat Janet sie schon Jahre nicht mehr gesehen und Livia hat sich ja doch sehr verändert. Gut, was gibt es hier zu erkunden? Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, dass wir ein bisschen Geld verdienen können? Übrigens finde ich es hier irgendwie immer ein bisschen düster. Also ich weiß nicht, warum. Oh ja, Livia könnte hier nicht üben, weil sie sich zu unwohl fühlt. Großartig. Dann kann sie sich ja vielleicht einfach mal hier hinsetzen und ein bisschen den Tag genießen. Und Livia sitzt jetzt hier und fühlt sich sehr unwohl. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie diesen Tag hier gerade wirklich genießt. Es ist sehr düster, es scheint kaum die Sonne und wie gesagt, sie fühlt sich einfach alles andere als gut. Arme Livia. Oh, und hier kam gerade tatsächlich Sora auf sie zu. Also Sora ist ja eine der Rumtreiber, eben eine der örtlichen Jugendlichen. Finde ich wirklich cool und sie wird jetzt eben auf Livia zukommen und sich noch einmal für letztens entschuldigen und sagen, sorry, wir wussten nicht, dass du da wohnst. Das war echt ein wenig seltsam, wie wir da einfach so in dein Haus gestürmt sind. Wir wollten dich nicht erschrecken. Und Sora wird jetzt auch noch sagen, dass sie seitdem eben versucht haben, sich von dem Haus fernzuhalten. Und Livia sagt natürlich, was? Aber ihr könnt doch immer gern vorbeikommen, denn wie wir alle wissen, Livia fühlt sich allein in diesem Haus gar nicht so wohl. Sie ist sehr einsam und hat ja auch kaum Freunde, deshalb wird sie jetzt einmal mit Sora über ihre Ängste reden und sich einfach ihr anvertrauen. Denn ich glaube, Livia braucht gerade wirklich einfach Menschen, denen sie vertrauen kann. Sie hat ja wirklich niemanden mehr. Sie ist von zu Hause abgehauen. Vor ihrem Exfreund hat sie Angst. Sie erwartet ein Kind. Sie ist einfach vollkommen überfordert und braucht dringend Freunde. Und dann wird sie noch eine tiefgründige Unterhaltung führen und einfach so ein bisschen erzählen, wie es ihr geht mit der Schwangerschaft, damit, dass sie so einsam ist. Aber sie erwähnt natürlich nicht, dass ihr Exfreund ein Vampir ist. Ich glaube, sie hat aus Erfahrung gelernt, dass man nicht einfach so mit Sims darüber reden sollte, dass man etwas mit einem Vampir hatte, denn ja, nicht jeder ist ans übernatürliche Leben gewöhnt. Livia hat jetzt auch schon wieder Hunger. Ich glaube, ich werde die beiden mal in eine Gruppe stecken. Und dann fahren wir zum Gemeinschaftszentrum oder wie auch immer das hieß, Erholungszentrum, genau. Und dann wird Livia für die beiden etwas kochen. Dann können sich die beiden noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dann wird Zora ihre erste wirkliche Freundin hier in San Secoia. Und hier sind wir. Warum regnet es eigentlich immer? Ich finde das schon ein bisschen nervig. Livia geht mal auf die Toilette und dann könnten sie ja zusammen was kochen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Sie könnten Makaroni mit Käse machen. Das finde ich ziemlich realistisch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine der beiden eine Haubenköchin ist. Aber Makaroni mit Käse bekommen sie, glaube ich, hin. Livia ist jetzt auch sehr angespannt, weil sie im dritten Trimester ist. Ungewollte Schwangerschaft, kein Zurück. Nun, diese Schwangerschaft wird bald vorbei sein. Es ist viel zu spät, um darüber nachzudenken, sie zu beenden. Livia muss das jetzt durchziehen. Und wer weiß, wie sie das alles zum Laufen bringen wird. Sie muss es irgendwie, denn ein Baby kommt bestimmt. Und die beiden sitzen jetzt hier und essen ihre Makaroni mit Käse. Wie interessant. Würdest du sagen, dass Livia gerne über Interessen redet? Ja, wieso nicht? Livia redet gerne über Interessen. Das passt doch ganz gut. Gut, anscheinend mag sie Smalltalk. Aber ich finde es super, dass die beiden sich jetzt besser anfreunden. Also ich muss wirklich gar nichts klicken. Die beiden verstehen sich wirklich blendend. Und nachdem die beiden fertig gegessen haben, sind sie jetzt hier in den oberen Stock gegangen und spielen zusammen Karten. Ich hoffe, dass es den beiden Spaß macht. Ich könnte mir nämlich wirklich vorstellen, dass das für Livia wichtig ist. Einfach mal einen ganz normalen Nachmittag zu verbringen. Indem sie sich nicht mit übernatürlichen Wesen auseinandersetzt oder mit ihrem Baby. Sondern wo sie einfach mit einer neuen Freundin entspannen kann und Spaß haben kann. Vielleicht können wir ja jetzt fragen, ob sie der Gruppe beitreten darf. Wir bewerben uns jetzt einfach mal für die Gruppe, die Rumtreiber. Ja, Glückwunsch, Livia wurde in die Gruppe aufgenommen. Da Sora uns jetzt besser kennengelernt hat, hat sie gemerkt, wir sind cool und deshalb dürfen wir jetzt hier dabei sein. Und bei der Gruppe sind eben Sora, Rylan und Carmen dabei. Die haben wir ja schon kennengelernt. Die waren ja im letzten Part mitten in der Nacht auf einmal in Livias Haus. Und Rose hat ihr gerade geschrieben, Und Livia weiß natürlich, dass sie ihre gesamte Familie nur in Gefahr bringen würde, wenn sie wiederkommt. Und deshalb ignoriert sie die Nachricht. Und nun ist der Nachmittag auch schon wieder vorbei. Livia hat sich eben mit Sora jetzt besser angefreundet und ist auch endlich bei den Rumtreibern dabei. Und jetzt wird sie aber wieder nach Hause reisen. Sie ist nämlich schon wieder müde und stinkt, weil bei Schwangeren die Bedürfnisse einfach viel zu schnell sinken. Und ja, wir müssen uns einfach wieder um sie kümmern. Dann wird Sora einfach hierbleiben, während Livia schnell und lau beim Duschen geht und eine Runde schlafen geht. Und mitten in der Nacht werden wir, glaube ich, ein Treffen der Rumtreiber ausrufen, weil die treffen sich ja eben gerne in der Nacht. Und bevor Livia hier gelebt hat, haben sich die Rumtreiber ja auch immer hier mitten in der Nacht getroffen. Und deshalb werden sie das jetzt natürlich auch machen. Gut, Livia, dann kannst du aufstehen und musst dich noch ein bisschen um deine Bedürfnisse kümmern. Geh auf die Toilette, einmal lauwarm duschen. Dann können wir ja eine Mahlzeit für alle zubereiten und dann werden wir ein Gruppentreffen ausrufen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich muss sagen, ich liebe die Rumtreiber. Ich finde, das sind alles drei so sympathische Sims. Und ich finde, es passt sehr gut, dass sich eben Jugendliche heimlich hier in einem verlassenen Haus treffen. Ich glaube, das gibt es in Wirklichkeit auch an sehr vielen Orten. Und warum soll es das dann in Sims nicht auch geben? Und Livia wünscht sich jetzt mit Ivo zu plaudern. Also Ivo ist einer ihrer Brüder. Ja, ich weiß, sie hat tausend Geschwister. Und für alle, die die erste Generation nicht gesehen haben, ist das alles sicher sehr kompliziert. Aber wie man merkt, sie vermisst einfach ihre Familie. Und ich verstehe das. Ihr ganzes Leben lang war sie umgeben von so vielen Menschen und auf einmal ist sie ganz allein. Deshalb freut sie sich jetzt sicher auch, dass sie Teil der Rumtreiber ist und wird gleich mal eine Versammlung ausrufen. Das mit den Gruppen finde ich wirklich cool, weil die kommen jetzt halt einfach auch mitten in der Nacht. Normalerweise, wenn wir sie angerufen hätten, hätten sie gesagt, oh mein Gott, ich schlafe doch. Warum rufst du mich zu so einer Uhrzeit an? Aber bei Gruppen funktioniert das eben. Und nun essen hier alle gemeinsam den Gartensalat und unterhalten sich ein wenig. Livia erzählt, dass sie eben zu Hause bei ihrer Familie schon ein bisschen kochen gelernt hat. Aber eigentlich hat es sie nie interessiert und deshalb ist sie schon ein bisschen überfordert. Sie wird jetzt auch mal mit Carmen über ihre Interessen reden. Die kennt sie ja noch nicht so gut. Wird ihr dann einfach mal einen Witz über Aliens erzählen. Immerhin, wie wir alle wissen, Livia liebt das Übernatürliche. Und anscheinend ihre neue Gang auch. Denn niemanden scheint es zu kümmern, dass hier einfach ein Geist steht. Das, finde ich, spricht schon für sich. Und da Livia nun eben offiziell Teil der Gang ist, wird sie nun allen offenbaren, wer der Vater ihres Kindes ist. Und nun beginnt sie ihren drei neuen Freunden und Ui Dree, weil der ist einfach da, zu erzählen, wie sie überhaupt schwanger wurde. Sie erzählt von diesem einen Tag in Sansekoia, als sie zufällig dem Vampir Marvin über den Weg gelaufen ist. Dass sie schon so viel über Vampire gelesen hatte und gedacht hatte, ich möchte mit einem Vampir zusammen sein. Diese magischen Kreaturen haben mich von Anfang an schon so fasziniert. Und irgendwie habe ich auch nicht ganz verstanden, wie gefährlich das alles eigentlich ist. Naja, bis ich dann wieder auf seinem Bruder getroffen habe. Und was soll ich sagen? Ich hatte tatsächlich Angst, dass er mich attackieren würde. Und jetzt mache ich mir eben Sorgen, dass mir oder meinem Kind etwas passieren könnte. Und nachdem Livia das erzählt hat, passiert etwas, mit dem sie nie gerechnet hatte. Und zwar wird sie von Sora regelrecht angeschrien. Denn Sora erzählt ihr, dass Vampire wirklich gefährlich sind. Und woher Sora das weiß? Sora ist eine Werwölfin. Genauso wie ihr Bruder Rylan. Livia ist jetzt natürlich ein wenig verwirrt und weiß auch nicht ganz, wie sie darauf reagieren soll. Denn damit hat sie jetzt natürlich absolut nicht gerechnet. Livia wird jetzt einfach nochmal die Angst vor Vampiren zugeben und wird sich entschuldigen, dass sie sie angeschrien hat. Und einfach sagen, es tut mir leid. Ich hatte einfach keine Ahnung, dass ihr Werwölfe seid. Woher hätte ich das auch wissen sollen? Und wird sie nochmal um Rat bitten und einfach fragen, Sora, was soll ich machen? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich und mein zukünftiges Kind in Sicherheit bringen kann? Und Rylan und Sora sind sich jetzt beide einig und sagen einfach, wir sind Werwölfe. Wir können mit Vampiren mithalten. Du gehörst jetzt zu uns. Und du weißt, dass du einen Fehler gemacht hast. Und wir passen ab jetzt auf dich auf. Die Nächte allein sind am schlimmsten. Von zu Hause war ich es gewohnt, so viele Menschen um mich herum zu haben. Hier ist das nicht so. Hier gibt es nur mich und die Dunkelheit. Und deshalb spielen meine Gedanken verrückt. Denn ich weiß, es klingt blöd, aber ich habe oft das Gefühl, beobachtet zu werden. Nur ein paar Augenblicke später in Forgotten Hollow. Mirko, du hattest recht. Ich habe es gesehen. Sie ist schwanger. Ja, du Idiot. Wie konntest du nur so dumm sein und dich auf eine Sterbliche einlassen? Ich weiß, dass es ein Fehler war. Aber nun müssen wir uns eben um das Problem kümmern. Was meinst du? Wie kommen wir am schnellsten an das Kind? Das könnte nicht allzu schwer sein. Sie ist doch nicht mehr als eine kleine dumme Göre. Wobei ich gehört habe, dass ganz in der Nähe von ihr eine Wehrwolf-Familie wohnen soll. Und nun haben wir 11 Uhr morgens. Livia ist gerade aufgestanden. Sie fühlt sich wie immer sehr unwohl. Und sie fühlt sich eben auch beunruhigt. Denn wie wir alle gesehen haben, in dieser Nacht hatte Livia wieder mal unfassbare Angst. Und deshalb wird sie jetzt einfach mal Sora anrufen und sagen, Ich weiß, ihr seid erst in den frühen Morgenstunden gegangen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Vielleicht bin ich einfach nur paranoid. Ich meine, ich lebe in einem Spukhaus. Aber meinst du, ist es möglich, dass Marvin mich beobachtet? Und Sora hat mit ihr jetzt eine Theorie geteilt. Und zwar, dass das Baby in ihrem Bauch vielleicht wirklich ein Vampir-Baby ist. Und merkt, dass sie wirklich beobachtet werden. Und natürlich kann weder Livia noch einer ihrer neuen Freunde mit Sicherheit sagen oder beweisen, dass Marvin tatsächlich die Person ist, die sie in der Nacht beobachtet.